Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das übrigens nur für Porsche und Mercedes. Ja und schon haben wir ein kleines Problem. Es ist schon dunkel draußen, wie ihr seht. Ich tue den Vorspann jetzt geschwind nachfilmen. Auf jeden Fall, wir haben einen S550. Wir haben das Fahrzeug jetzt nach einem Jahr Winterschlaf, also ein W221 S-Klasse angekauft. Dass wir wieder ein Projektauto für Plutoniumcars haben, denn der W220, das seht ihr jetzt gleich noch, den haben wir schon wieder verkauft. Und da fährt er dahin. Dann haben wir gedacht, holen wir uns gleich das nächste Projektauto und schaut euch an. Das Auto hat angefangen zu rauchen. Hier haben wir einen extremen Ölverlust. Hier ist er, aber seht, was für kleine Probleme wir zwischendrin hatten. Nach dem Ankauf hat das Ding mal geschwind ordentlich Öl hinten rausgeraucht, voll den Schreck gekriegt. Aber was das war, das seht ihr dann, beziehungsweise erzähle ich euch im Abspann. Ja, meine Lieben, genauso schnell, wie ich den S320 angekauft hatte, genauso schnell ist er wieder verkauft. Wir verabschieden uns von dem Fahrzeug. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die zwei Wochen sich mit diesem Fahrzeug zu beschäftigen. Ich denke, der Käufer hat erkannt, um was für eine super Substanz es sich hier handelt. Hat sofort zugeschlagen, das Auto gekauft und weg ist er. Ja, wirklich schweren Herzens. Aber Grunde weiß auch, hier haben wir ja ein paar Beschädigungen. Und auch die Felgen sind ein bisschen verkratzt. Der hat jetzt da Spaß und Freude dran, selber noch ein bisschen zu basteln. Er hat sich selber als auch ein Autoverrückter bezeichnet, was ja ganz lustig ist. Und wen es interessiert, wir machen also auch hier Motorenendoskopie, Liebhaberservice, Kompressionsprüfung und Automatikgetriebespülungen. Da haben wir uns ein bisschen drauf spezialisiert. Wir nehmen also nicht jetzt so einen Standardservice an und das übrigens nur für Porsche und Mercedes. Das ist auch wichtig, hier nur für Mercedes-Benz und Porsche. Wer also Interesse hat, mal hier sein Auto oder sein älteres Auto von einem Liebhaber wie mir oder jemand, der sich eigentlich recht gut auskennt und an die richtigen Stellen schaut, eben durchschauen zu lassen, der kann uns gerne ein Info at plutoniumcars.at E-Mail schreiben. Was wir gar nicht angesprochen hatten in den letzten Videos, hier wurde von Mercedes-Benz eine komplett neue gelochte Bremsscheibenanlage mit Sattel und Klötzen verbaut. Und auch die ganze Handbremsscheibenanlage war übrigens komplett neu. Hier am Scheinwerfer hatte ich noch alle Leuchtmittel in weiße, gute Leuchtmittel mit EU-Zulassung getauscht. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, einen nagelneuen Mercedes-Benz Stern. Und einen Winterradsatz gibt es auch noch dazu. Profil ist eigentlich auch noch recht gut. Einen nagelneuen Service hat das Fahrzeug von uns auch bekommen. Und dann fährt er da hin. Drei Tage später. Ja, wie ihr seht, haben wir das Auto gekauft. Ich bin jetzt auf der Autobahn zurück Richtung Wels. Es ist so, dass ich gerade an der Tankstelle war und habe das Auto getankt. Und habe feststellen müssen, dass auf Bank 1, Zylinder 4, das oben bei der Zündspule irgendwie Öl leckt. Es raucht auch ein bisschen da vorne. Aber das war jetzt weitgehend nicht so wild, dass ich gesagt habe, ich muss das Auto abschleppen, sondern ich fahre es tatsächlich nach Hause. Ja, was kann ich hier über dieses Fahrzeug berichten? Auf jeden Fall, es ist ein S55. In Amerika hatte der die erste Zulassung. Ist in einem hervorragenden Zustand. Der Innenraum ist sensationell. Hat 269.000 gelaufen. Und den Preis, den ich bezahlt habe, für das, was man hier kriegt, absolut in Ordnung. Ja, das heißt, jetzt hoffen wir, dass wir das Auto hier gut nach Hause kriegen. Ich drehe jetzt auch mal die Kamera um, zeige euch mal ein bisschen hier noch das Dashboard. Aber dann wird es definitiv weitergehen, wenn das Fahrzeug in der Halle ist und ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich um das Fahrzeug zu kümmern. Dann werde ich euch das nochmal richtig vorstellen. Ich werde auf jeden Fall noch eine kleine Finale Runde ums Fahrzeug nachher filmen, wenn es gewaschen ist. Ich drehe jetzt aber mal die Kamera um. Das Ganze kennt ihr ja schon. Ich habe eine kleine Fehlermeldung hier mit der Parkbremse. Da leuchtet es ordentlich im Display, aber er fährt trotzdem. Er ist vom Innenraum wirklich im herrlichen Zustand. Auch alle Funktionen soweit bis auf die Parkbremse. Und das Soft Close hier von der Fahrertür. 200, ja, 269.000 gelaufen. Der Grund, warum ich dieses Fahrzeug gekauft habe, ist folgender. Der Verkäufer hat mir Bilder geschickt. Und zwar wurde hier, die blende ich übrigens auch ein, wurde hier die Steuerkette mitsamt den Gleitschienen, alle Rollen, alles was da vorne irgendwie beim Steuerkettentausch zu machen ist, vor 20.000 Kilometer komplett getauscht. Wir haben das Fahrzeug jetzt nach einem Jahr Winterschlaf oder Sommerschlaf oder überhaupt Tiefschlaf auferweckt. Und ich fahre jetzt ganz langsam mit 90 Stundenkilometer hier ganz gemütlich über die Autobahn. Wir werden natürlich sofort einen Ölwechsel dann machen, wenn wir wieder in der Werkstatt sind. Und den kleinen Öleck oben beim Ventildeckel irgendwo kommt halt da ein bisschen Öl raus und tropft natürlich auf die Lichtmaschine runter. Das ist ungut. Und auf den Abgaskrümmer. Deshalb hat es ein bisschen geraucht. Aber es ist halb so wild. Und die Polizei stand sogar vorhin neben uns an der Tankstelle, haben gleich geschaut. Hier blaue Kennzeichen. Was ist das hier für ein Schlitten? Aber waren dann ganz entspannt und sind wieder weggefahren. Auf jeden Fall. Wieso auf jeden Fall? Schon wieder. Dieses Fahrzeug hat eine 5,5 Liter Maschine verbaut. In Amerika heißt der S55. Hier in Deutschland wird er als S500 eigentlich bezeichnet. Aber in der Dokumentation, das blende ich euch auch ein, steht tatsächlich S550 drin. Ja, Erstzulassung, wie gesagt, war in Amerika. Da hat er dann einmal den Besitzer gewechselt, ist dann hier nach Deutschland gekommen. Dann einmal hier angemeldet. Und jetzt besitzen wir ihn. Wird ein schönes Projektauto auf jeden Fall hier auf YouTube. Das Ding hat irgendwie 200, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 285 kW. Also auf jeden Fall 380 PS, 378 PS, irgendwas in der Richtung. Dieser hier hat keine Fiumatik, also ein purer Hecktriebler. Mit Exklusivsitzen, mit Sitzmemory, mit allem Schnickschnack, mit hier Glasdach und, und, und. Und gleitet auf jeden Fall über die Straße, wie es sich für eine S-Klasse gehört. Ja, und schon haben wir ein kleines Problem. Circa 100 Kilometer von zu Hause das Auto hat angefangen zu rauchen. Hier haben wir einen extremen Ölverlust. Ist aber nicht weiter schlimm. Das tropft da unten auf den heißen Abgaskrümmer. Ich werde auf jeden Fall jetzt genug Öl nachkippen, dass mir der Ölstand auf jeden Fall reicht. Wieso auf jeden Fall schon wieder? Ansonsten lasse ich das Auto stehen und komme lieber mit dem Hänger und werde es abschleppen. Aber da ist irgendeine Dichtung hier oben im Ventildeckelbereich wahrscheinlich durchs lange Stehen nicht mehr gut. Und da suppt da halt ein bisschen Öl raus. Dichtung hier oben im Ventildeckelbereich. Bimitung hier oben. Bimitung hier oben. Bimitung hier oben. Ja, so weit, so gut. Wir sind auf jeden Fall in der Werkstatt hier angekommen, Auto steht schon auf der Bühne, morgen die erste Maßnahme wird sein, sofort einen Ölwechsel machen, sofort alles durchchecken, auslesen, schauen, ob alles passt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben, wie gesagt, ein neues Projektauto und verfolgt uns weiter, indem ihr den Kanal abonniert bzw. die Glocke drückt, werdet über neue Videos informiert und soviel jetzt mal zu dem wunderschönen B221 S-Klasse S550 oder S55 oder wie man hier in Europa sagt S500, weil es eine 5,5 Liter Maschine, dieses Auto kommt aus Amerika. Musik 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 Musik